So, ich wollte eigentlich nur kurz wohin, da hieß es ja, beleg mal deine Pizza, die ist soweit. Gerade als ich mich wieder hingesetzt hatte. Morgen regnet es endlich. Das heißt, sie kann endlich das Amulett kaufen. Poxi, du hattest mich sogar angeschrieben. Ja, es ist alles in Ordnung. Naja, war locker 20 Minuten, ne? Finde ich sogar noch länger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 so die feuer quatsch weil es das jemand machen will ich habe glaube sechs stück reichen ich wollte gerade sagen ich gehe da nicht ran ich habe doch den weiter getroffen irgendwas habe ich vergessen wegzupacken die katze ist ertrinkt hügel geschaut fischteilchen auftrag ach ich muss doch erst einen minst schluck trinken immer noch ja ich habe mir erst gedacht ne jetzt machst du erstmal weiter dass ihr weiterspielen könnt und dann trinkst du danach circa auf weiter geklickt schluck vergessen so ich dachte das war immer noch der schluck von mein kraft nein der ist schon zwei stunden her den habe ich sofort getrunken ich habe gerade extra zwei schlucke dafür getrunken ich habe heute ich habe bisher noch nichts genau ich habe bisher noch nichts weiter getrunken heute das heißt insgesamt fünf schlucke einmal für minecraft einmal für meine tablette einmal bei minecraft habe ich zwei schlucke getrunken weil ich da halt schon noch nichts getrunken hatte und die zwei schlucke eben gerade das heißt ich werde jetzt erstmal nur zu sebastian gehen und dann werde ich nochmal was trinken neue challenge trinke ein bitter in wieviel zeit das ist die Frage naja also man kann es so machen ich habe hier 400ml Becher stehen die ich füllen kann könntest du mir quasi rein theoretisch eine challenge reinhauen von wegen trink 400ml in 10 minuten oder sowas so eine challenge so eine challenge so eine challenge könntest du mir reinhauen warte wieso denn es sind doch nur 350 ja ich muss sie sparen ja jeden Tag 2000 das schleppert sich langsam ich bin unter 10.000 naaa da warte ich halt mit der nächsten Herausforderung nächste Mode na na wir sind auch nicht die Krösanten ich habe auch gesehen irgendjemand aus aber keinen Namen hinterlassen das war ich das war ich ok da hat irgendjemand glaube ich mein oh das war ich ein Lied zwei Stunden soll ich denn jetzt ein Lied ist keine Flasche da keine ein Liederflasche zwei warte mal neue zwei Becher und einen halben und kann sagen entweder das oder ähm ich habe mir zwei neue klassen für mein Kostüm das heißt du kannst jetzt wieder blubbern ohne dass alles explodiert ja waschen suchen mach das das ist das ist das ist Feuerquart da viel Spaß beim trinken Ich hoffe, dass wir morgen mal den Montag wieder einen Auftrag mit für den Zauberer kriegen, für die Teleport-Dinger. Oder wir kriegen einen Auftrag, was in weniger Tagen jetzt morgen kommt. Vielen Dank. Ja. So, da bin ich wieder. Bibi. Ähm, also 840 Milliliter, da ist die Makine. Bis so weit soll man die erfüllen. Habe ich gemacht. Das heißt, ich trinke dazu noch einen halben Becher obendrauf. Und dann hast du's. Die. Solange jetzt keine Überschwemmung passiert mit dem, das hatte ich schon. Ich krieg die Flasche nicht mehr raus. Ich krieg die Flasche nicht mehr raus. Ich krieg die Flasche nicht mehr raus. ab. Ab. Ah. Noch ein Teil für Gunther. Was? Eine Sodastichflasche? Nein. Aber wer weiß, vielleicht ist er auch schon so ein Relikt. Aber wer weiß, vielleicht ist er auch schon so ein Relikt. Ich krieg die Flasche nicht mehr an sich. Ich will einen Grund haben, wieso ich die Flasche nicht mehr rauskriege. Abkriege, wie auch immer. Du bist so schwach. Hey. Sehr leise. Oh. Sag dir den nicht. Hatschein. Hi. Pajama party. Oh.